Hallo liebe Finanzmarkt-Welt-Community, da macht man einen Tag Urlaub und schon schmiert der Markt ordentlich ab. Die letzte Handelswoche war durchaus bewegend, am Donnerstag die Märkte unter Druck und jetzt ist die gute Frage, war das der Startpunkt des Crash 2.0 oder nur eine ganz normale Korrektur, die den weiteren Aufwärtstrend einläutet? Das gucken wir uns gleich im Chart an, vorweg abonnieren Sie gerne noch meinen Kanal Mario Steinrücken Trading Lernen und jetzt würde ich sagen Kamera aus und Glaskugel an. Wir starten zuerst mit dem Blick auf den DAX Future und hier im Tageschart. Der DAX hatte ja zuletzt deutlich Gas gegeben und das ist häufig ein Zeichen von zu weit, zu schnell gelaufen und das signalisiert häufig das Ende bzw. Pause eines Trends, eine mögliche Trendumkehr. Wir waren hier am Widerstand 12.880 bis 13.000 Punkten, aber schwierig trotzdem, weil wir vorher schon deutlich, ja im Grunde alles niedergemäht haben nach oben, was sich den Käufern in den Weg gestellt hat. Jetzt aber trotzdem diese heftige Reaktion nach unten. Da gucken wir uns mal auf Stundenbasis an, ob wir da etwas Näheres ablesen können. 11.250 bis 11.400 Punkte, das ist nochmal ganz markantes Unterstützungsniveau und für all jene, die wieder auf Trading Ideen warten, auf diesem Niveau unbedingt mal schauen. Umkehrsignale so schatten, zum Beispiel wie wir es hier sehen, oft ein Zeichen einer Trendwende an diesen markanten Unterstützungen. So, gute Zeichen, hier kann man nochmal auf der Long-Seite spekulieren. Jetzt wechseln wir auf den Stundenchart. So, und hier auf Stundenbasis sehen wir die Aufwärtsbewegung, kleine Range-Bildung, dann hier mit Schwung nach unten. Wir haben ein offenes Gap. Ein offenes Gap ist immer markanter Widerstand hier oben im Bereich 12.300 Punkte. Und ich hatte am Freitag noch gesagt bei mir im YouTube-Kanal, jetzt müssen wir aufpassen, was nach oben passiert. Also wie die Korrektur bzw. die Erholung von dieser Abwärtsbewegung ausschaut, verläuft sie nur gezwackelt auf niedrigem Niveau, ist das ein schlechtes Zeichen und wir werden wahrscheinlich in Richtung 11.400 laufen. Gibt es eine starke dynamische Bewegung, na dann eher Range-Bildung in den nächsten Wochen. Und wir sehen aktuell tatsächlich so ein bisschen hoch runter, also eher korrektives Verhalten. Da ist das Niveau 12.140 ein mögliches Short-Niveau. Man sollte den Stop-Loss, aber hier über der 12.300-Punkte-Marke den Gap-Widerstand, auch nochmal interessantes Short-Niveau, sollte man auf jeden Fall darüber platzieren. Nächstes Ziel 11.400, 11.450. Ich hatte es eben schon gesagt, im Big Picture hier 11.2 bis 11.4, das ist markante Unterstützung, längerfristige. Und von dort könnte tatsächlich schon wieder eine größere Aufwärtsbewegung gestartet werden. Schauen wir uns den S&P 500 an, der zuletzt ja auch hier an mehrere Widerstände gelaufen, schon relativ weit natürlich auch im Trend fortgeschritten. Ganz markante Unterstützung, guckt euch das an hier. Range vom Mai, Verlaufshoch, 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 Widerstand, 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 Alter, Widerstand wird oder wurde hier schon einmal als Unterstützung bestätigt. Und jetzt am Freitag auch wieder. Leute, das ist interessantes Einstiegsniveau, wenn ihr sowas seht, so markante Marken, da kann man durchaus immer mal was probieren, auf eine Gegenbewegung spekulieren. Und das nächste Ziel, beziehungsweise auch Widerstand, haben wir 3.080 bis 3.135 Punkte. Allerdings wurde dieses Niveau so ein bisschen aufgeweicht, weil wir da vorher oder zuletzt hier kaum Reaktionen gesehen haben. Da muss man einfach ein bisschen schauen, wie sich der Markt hier weiter verhält. Bricht, beziehungsweise solange sich der S&P 500 hier über diesem Unterstützungsniveau hält, haben wir einen intakten Aufwärtstrend und bricht er nach unten durch, dann wird es für die Bullen ein bisschen schwieriger. Aber jetzt ist ja natürlich auch immer die große Frage, sehen wir jetzt einen Crash oder vielleicht doch nur eine Seitwärtsbewegung? Und da ja gefühlt jeder mit einem Crash rechnet, was ja fundamental auch durchaus begründet wäre, aber wie das an der Börse ist, so ist, die geht meistens den Weg des größten Schmerzes und macht meistens das, woran die meisten eben nicht glauben. Beziehungsweise macht halt das Gegenteil von dem, wo die Masse dran glaubt. Und wenn jetzt alle auf den Crash warten, dann bezweifle ich, dass er tatsächlich kommt. Und was gibt es noch für Möglichkeiten? Es gibt Seitwärtsbewegungen. Und das kann ich mir für die nächsten Wochen sehr gut vorstellen. Wir haben, ja, jetzt laufen wir langsam in die Sommermonate. Es gibt wieder Corona-Öffnungen, beziehungsweise viele fahren wahrscheinlich ein bisschen in den Urlaub und verabschieden sich da von der Börse. War ja auch stressig genug in der letzten Zeit. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, und man sollte das unbedingt auf dem Plan haben, dass sich der Markt tatsächlich irgendwo innerhalb einer größeren Range nur seitwärts bewegt. Und aus Trading-Sicht heißt das, wir achten auf die nächsten markanten Unterstützungen, wir achten auf die nächsten markanten Widerstände. Und wenn wir hier Zeichen sehen, dass der Markt dort nicht durchläuft, sind das immer kurzfristig interessante Trading-Chancen. Man darf da aber dann nicht den großen Run erwarten, sondern, ich sag mal, sich von einem Widerstand zur nächsten Unterstützung arbeiten. Oder von einer Unterstützung zum Widerstand. Also hier versuchen, mit kleinen Stops nicht arg weit große Bewegungen mitzunehmen, sondern einfach hier so ein bisschen flexibel, ja, tendenziell eher Ping-Pong, hin und her, versuchen, die Seitwärtsbewegung zu handeln. Schauen wir uns noch die Nest-Deck an. Und hier hatten wir zuletzt ja diese steigenden Verlaufshochs als Widerstand. Bin ich kein großer Freund von, hat die aber sehr gut funktioniert. Ausbruch nach oben, und da hatten wir gesagt, hier kann nochmal Dynamik entstehen nach oben. Wenn der Nasdaq die 10.000-Punkte-Marke, die psychologische Hürde durchbricht, dann kann da nochmal richtig Schwung in den Markt kommen. Es ist auch Schwung gekommen, aber eben nicht weiter nach oben, sondern wir haben hier tendenziell einen Fehlausbruch gesehen. Neues Allzeithoch, das hatten wir hier im Bereich 9.700, Bam, nach oben, und dann schneller Rücksetzer, sehr dynamisch, zurück unter dieses jetzt neu entstandene Unterstützungsniveau. Und es wurde am Freitag als Widerstand bestätigt. Ich hatte ursprünglich damit gerechnet, dass wir, ja, den Bereichen des Allzeithochs, 9.700 bis 9.77, roundabout, dass wir das nicht mehr übersteigen. So ein bisschen sind wir aber doch drüber gelaufen. Und jetzt haben wir als nächstes mal Ziele nach unten im Bereich 9.200, 8.900 und, ja, 8.600. Und das sind Niveaus. Auch hier kann man immer mal wieder schauen, was sich der Markt oder wie sich der Markt dort verhält und auf mögliche Gegenbewegungen spekulieren. Aber Achtung, jetzt nicht nur auf die Long-Seite versteifen, denn der Aufwärtstrend, der dürfte jetzt erst einmal passé sein und damit flexibel auch mal auf der Short-Seite gucken, ob sich dort Umkehrsignale bilden. Schauen wir uns den Gold Future an und, ja, the trend is your friend und der Trend hält hier weiter. Die Käufer und Verkäufer haben sich im Grunde auf eine Range geeinigt, 1.670 bis 1.800 US-Dollar. Wofür ist eine Börse da? Ja, um einen fairen Preis auszuhandeln. Und den scheinen hier die Marktteilnehmer gefunden zu haben. Und das gilt so lange, bis irgendeine Schicht, die Käufer oder die Verkäufer der Meinung sind, ah, jetzt ist der Preis zu teuer oder zu billig. Wenn er zu billig ist, werden die Käufer aggressiver und drücken den Markt nach oben. Wenn sie der Meinung sind, ah, es kann ja, ich sag mal, der Auslöser, nachher lesen wir ihn wieder in der Presse. Aber, ähm, ja, vorher, das kann ja alles Mögliche sein. So wie bei Corona-Crash. Gebrannt hat es überall und dann kam ein kleiner Virus und hat dann den, ja, die Verkaufswelle ausgelöst. Deswegen, was es sein wird, weiß man nie. Irgendwas wird kommen, dass dann wieder eine, ja, entweder die Käufer oder die Verkäufer die Oberhand übernehmen. Fällt der Goldpreis unter die 1.670, haben wir schon die nächste Unterstützung, 1.555 bis 1.580 und auch hier Umkehrsignale gucken auf eine weitere Gegenbewegung nach oben, kann man hier durchaus spekulieren. Ausbruch über die 1.800 haben wir 1.900 als nächstes Ziel. Oh, der Ölpreis kommt langsam auch an seine Grenzen, nachdem wir hier ja deutlich Gas gegeben haben in den letzten Wochen und da hat man hier dieses 3er-Widerstandsniveau von 39 bis hoch 42, 50, drei recht eng gestaffelte Widerstände. Da hat man zuletzt gesagt, da wird es, oder da werden es die Käufer schwer haben, da nach oben durchzulaufen, durchzumarschieren. Wir haben erste Rücksetzer gesehen, 34 bis 34, 60. Widerstand, Widerstand, Bäm, Ausbruch nach oben, Unterstützung, Unterstützung, interessante Niveaus. Sollte diese noch brechen, kann gut passieren, 30, 70 bis 31, 20, nächste Unterstützung in Öl und nach oben wird es, ja, weiter gestaffelt schwer. Schauen wir uns noch den Euro, US-Dollar an und der hatte sich zuletzt auch Seitwärtsbewegung. Ausbruch aus einer Seitwärtsbewegung, ein neuer Trend beginnt. Die Widerstände wurden überrand, überschritten, werden jetzt zur Unterstützung, hier, Unterstützung, Unterstützung, 1,1450 bis 1,15, oder machen wir es kurz anders. Wir sind hier aus einer Seitwärtsbewegung ausgebrochen. Was ist dann das nächste Ziel? Der nächstgröße, also der nächst wirklich große, markante Widerstand und den haben wir hier im Bereich 1,1450 bis 1,15 und dort, ja, muss man sich wieder neutral stellen. Was kann passieren? Ausbruch nach oben, ja, oder deutliche Rücksetzer. Vielleicht geht es auch noch mal in Richtung 1,099 bis 1,1020. Der Trend ist aber, also die Bewegung war recht stark und zuletzt hat der Bereich gehalten. Auch hier gilt, an den Marken mal schauen, was dort passiert. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche und wer Interesse hat, am Dienstag Livestream, die Frühstücksbörse, gucken uns die aktuelle Marktlage an und gerne beantworte ich dabei auch Ihre Fragen.